Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play! Pokémon SoulSilver, die Random Nasslock Variante hier mit mir und dem Angler, den ich nicht antreten werde, weil das ein Penner ist. So, wir treten immer gegen dieses... Paar an... Max? Achso, ich wollte gerade sagen, die Frau heißt Max. Nein, dann mal los, ich werde Gina zeigen, was für ein toller Kern ich bin. Max sieht so cool aus, wenn er im Kampf alles gibt. Der Anblick ist... Der Anblick ist mein Lebenselixier. So. Eine Herausforderung von junges Glück, Gina und Max. Magma und Sonflora, die sind aber eine merkwürdige Kombination. Feuer und Pflanze. Die sind beide wahrscheinlich Feuer und Pflanze zueinander. Aber Dustin, es tut mir leid, du musst leider hier weggehen, das ist ein bisschen brandgefährlich für dich. Da kommt das Thema Feuer auf uns zu. Wir gucken unsere Pokéball an und wir sehen einfach nur die Schwäche Feuer. Gut, bei Nulli von Hornissen ist es egal, aber die fallen sowieso sehr schnell um. Reggie, ich brauche dich. Und du setzt am besten Flügelschlag gegen den Typen da hin. Ich weiß, gegen die Pflanze wäre das viel effektiver. Vor allem, weil ich jetzt ein... Elektro-Pokémon aushole. Aber dieses Magma macht mir Angst. Weil... War ja klar. Feuer und Pflanze, ey. Ja komm, bring Reggie auch noch zum Brennen. Komm. Na ja, gut, das geht. Dieses Pokémon da, es muss sterben. Definitiv. Ja, ich weiß, du brennst. Das zieht alles so weit hinaus. Feuerschlag gegen so einen Flora und du setzt nochmal Flügelschlag gegen Magma ein. Ich hoffe, Reggie, du bist schneller als diese Pflanze. Wenn nicht, dann ist das echt nicht gut. Natürlich greifst du Reggie an. Das ist Reggie in Ruhe. Geht auch. So. Boom. Kaputt, das Viech. Da hast du deinen scheiß Solarstrahl. Kannst du unter der Erde weiter Solarstrahlen, wenn du willst. Ich glaube, dann strahlt er aber nicht mehr unter der Erde. Ich glaube, dann ist er traurig. Oder sie. Ich weiß es gar nicht. Müsste eine sie gewesen sein, weil der Typ hat ja ein männliches Magma. Das heißt, Madame muss ein weibliches Sonflora haben. So. Was machen wir mit dir? Ampereleuchte am besten. Ja, gegen Magma. Und du nochmal Flügelschlag. Flügelschlag ist sowieso schneller. Und das ist das Magma wenigstens weg. Ich habe Angst vor Feuer-Pokémon. Mein Name ist Zero und ich habe Angst vor Feuer-Pokémon. Aber dabei mag ich Feuer-Pokémon. Wieso haben wir kein Feuer-Pokémon? Ich mag Feuer-Pokémon. Unges Glück, Gina und Max. Buhu, so viel irgendwas. Keine Ahnung. Hoppla. So. Fahren wir einfach mal weiter. Hier geht es ja nach links. Da, wo das fette Viech im Weg ist. Jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite. Aber, ach so, stimmt. Hier sind noch mehr Trainer, ne? Ach, egal. Weißt du was? Das drehen wir nicht an. Komm her. Komm. Rede mit mir. Okay. Ich komme dir entgegen. Ich habe mich doch nur umgedreht. Ja, ja. Come on. Hatten wir schon. King Julian, so sahst du aus, als du ganz klein warst. Schon bist du nicht. Bodenfeuer. So, so perfekt gewesen. So. Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst also nicht reden, ja? Sprichst du hier mit deiner Telekinese zu mir? Hat mich wahrscheinlich beleidigt. Oh, mein Charakter ist zu drohen, um das zu checken. So, Dustin. Viel Leben hast du ja nicht mehr. Wobei, ist doch ein Käfer. Soweit ich mich erinnern kann. Und was will meine Antivierung bekommen von mir? Jetzt wird 50% Rabatt. Das ist schön für dich. Ich will ja nicht. Und 50% Rabatt. Ich glaube, jetzt ist das Angebot weg. Ich glaube, jetzt ist das Angebot weg. Huah! Ja, okay. Vertraue dem Ding nicht. Oh, als nächstes. Oh, wei. Der Typ hat Eier. Alter Schwede hat Eier. Ja, dann ist das irgendwie noch A hier. Und so weiter. Wieso ist der Bob Level 39? Was ist denn das für ein Vergleich? Ganz ehrlich. Wir haben gerade einen Doppelkampf gemacht. Die waren 44. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchem Level die Pflanze war. Aber irgendwie... Oh, Kokowai. Das ist nicht ganz anders. Ja klar, die Eier wachsen natürlich nach oben. Wenn er mutig wird. Tut zwar ein bisschen weh. Aber du bist mal durch. Nur ein echter Mann kann das auch sagen. Zack. Sehr wichtig. Dustin, du hast mal wieder bewiesen, dass du ein Level 39 fertig machen kannst. Alter Schwede. Darauf solltest du stolz sein. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du willst. Ich schloss nur kurz die Augen und schwupps. Schon hat sie verloren. Ja. Du darfst nicht bei mir blinzeln. Ich will nicht in den Rasen treten. Ich will nicht gegen schwache Pokémon ertreten. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durchs Gras laufe. Oder durchs Fräser laufe. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich habe nur angenommen, dass er das gesagt hat. Aber ihr wisst, was er gesagt hat. Sanadadamar. Sanadamar. Ja, was haben wir gegen dich? Ich glaube nichts. Ich glaube, mein Freund, dass Eis gut gegen Boden war. Man dürfte meinen, dass das nicht so ist. Weil wenn der Wind da runterkommt, dann ist es dem Boden eigentlich egal. Aber ich glaube, das war sehr fiktiv. Wir beginnen einfach nur mit Eiszahn. Der ist 42. Der kippt sowieso um, wenn wir ihn angucken. Weswegen ich mich auch frage, warum ich überhaupt durchlaufe. Ja, sehr effektiv, aber nicht tot. Zornklinge. Nein, bitte nicht wehtun. Oh mein Gott. Tja, das war's. Zornklinge ist eigentlich eine richtig starke Attacke. Ich glaube, das war die, die immer heftiger wird, umso mehr man damit angreift. Oder es war die Attacke, die einfach nur sehr wenig abzieht. Aber dafür hält das Pokémon einen HP. Irgendwie so. Ghoulbad. Bibi. Du darfst heute Ghoulbad fertig machen. Es ist dir hoffentlich eine Ehre. X-Bad. Sorry. Ich habe nur Bad gesehen. Ich muss mich mal wieder besser konzentrieren, glaube ich. Es ist einfach zu easy, ne? Ich habe eigentlich gedacht, das wird voll die Herausforderung. Das müssen wir machen. Aber momentan ist das einfach nur, wir boxen uns durch, manchmal kommt ein Rion und macht unser Team platt, aber manchmal... Was? Manchmal? Aber ansonsten kommen wir gut durch. Ach komm, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe. Ich habe mich nicht mal bewegt. Oh. Muchas. Muchas, grazias, wie alle anderen in den Kommentaren immer gesagt haben. Alle anderen war einer und ich kann mich an dessen Namen nicht erinnern. So. Ganz vorsichtig. Jetzt guck mich doch nicht an. Du hast ja gerade Watter-Sin geguckt. Das ist das Problem beim Fahrrad. Beim Fahrrad erkennt dich jeder sofort. Wenn du mit deinem Charakter mit dem Fahrrad fährst oder rennst zu Fuß, also deine Powerboost benutzt, dann sehen sie dich. Dann drehen sie sich nach dir um. Natürlich hast du einen Feuer-Pokémon. Ich habe 44. Das ergibt keinen Sinn. Naja. Und wenn du halt ganz normal zu Fuß gehst, ohne zu laufen oder so, dann sehen sie dich nicht. So kannst du ausweichen. Aber ich habe das nie genutzt, weil ich eigentlich gegen alles Mögliche antrete. Weil ich kann. Außerdem bringt mir das nichts durchzulaufen. Ich meine, ich könnte hier auch einen Speedrun daraus machen. Da hätten wir ein Pokémon und ich bin einfach durchgeflitzt mit... Keine Ahnung. Was war das erste Pokémon, was wir hatten? Alter. Immer mit der Ruhe. Ah, der Stoß wird reichen, ne? Was haben wir zuerst gehabt? Was war das allererste Pokémon, was wir damals hatten? Was war das erste Pokémon, was wir damals hatten? Ich weiß, ihr könnt es einfach in die Kommentare schreiben, aber meine Neugierde ist auch ein bisschen größer. Ich gebe hier einfach beim Videosuchen ein, ne... Pokémon... 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 0,1. Okay, gibt es nicht. Irgendwie habe ich das verkackt. Ach, 0,0,1. 0,0,1. Wir machen hier irgendwie 100 Folgen. Da ist es doch. Nein, das ist der Prolog. Nein! Zwei, Alter. So. Welches Pokémon bist du? Blablabla, da habe ich gerade kurz geredet. Ach nein, das war Hornio, oder? Ist das ein Hornio, was wir zuerst bekommen haben? Gott, das war Hornio. Okay, wir hätten mit dem ersten Pokémon auf jeden Fall verkackt. Aber vielleicht wäre das zweite besser geworden. Aber ich glaube, das war Blitzer. Oh, nicht wirklich. Großartig. Sag mal, kann mal irgendwie was vernünftiges kommen? Habe ich überhaupt den Random? Ja, da kam gerade ein Muscha aus dem Gras. Kleinstein, was ist das denn hier los? Wo sind die legendären Pokémon? Vorsichtig. Vorsichtig. Hör auf zu gucken. Er guckt sowieso, wenn ich vorbeifahren will. Ich kann alles sehen. Ich kann dir direkt in den Hintern sehen. Was hat er gesagt? Achso, er hat gesagt, er kann mich in mich hinein sehen. Also doch irgendwo den Hintern. Das ist widerlich. Ich meine, das ist eine Begabung, die würde ich definitiv woanders nutzen. Seher. Die zählt erst als Attacke, wenn ich gegen Stoß mache. Er ist sowieso tot. Sehr schön. Was hast du noch? Eine Runde habe ich noch. Wenn ich in dieser Runde das nächste Pokémon fertig mache und der Seher niemals... Du hattest ein Pokémon? Du hattest ein Pokémon und setzt Seher ein? Komm vom Blau-Mack. Ah, das ist das Redaxo. Ha! Von diesem Winkel aussieht das aus, als er... Da! Da! Es sieht so aus, von diesem Winkel, als hättest du die Augen offen. Es hat nur die Augen zu, wenn ich es sehen kann. Schleft ist wach. Ja. Auf diesem Pixel ist er wach. Hat doch irgendwas zu bedeuten, oder? Schleft ist wach. Schleft ist wach. Der will mich verarschen. Und ich will mir. Ah, okay. Nicht mit Sang... Ach, den Namen kann ich sowieso wirklich aussprechen. Sang... Zaganabies. Das hört sich irgendwie an. Das hört sich irgendwie an, als würde ich gerade, weiß ich, Südländisch sprechen. Zaganabies. Zaganabies. Kommt keiner aus, ganz ehrlich. So ein Pokémon kommt mir nicht ins Team. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus vor der Höhle. Da, wo der ganze Windzug rauskommt. Ich habe jetzt keinen Bock auf die Büsche. Deswegen fahren wir jetzt einfach hier durch. Wo wir jetzt zehn Jahre brauchen, um uns da durch die Büsche zu navigieren, schiede ich mich doch lieber durch die Bäume. Na gut, gehen wir weiter runter. Das ist das Haus des super Profi-Anglers. Keine Ahnung. Ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers. Hm, du siehst wie jemand aus, der Spaß am Angeln hat. Na, war die Einschätzung richtig? Ich hasse Angeln, aber gut, mach weiter. Ich bin bemüht für meinen scharfen Blick, was Menschen angeht. Ja, nein, tun wir leid. Echt jetzt? Wollte ich mich in meiner Einschätzung etwa getäuscht haben? Nein, hast du nicht. Ich bin ein Profi-Angler, ganz ehrlich. Also komm, gib mir das Viecher. Also, er sagt, dass ich auf jeden Fall aussehe wie so ein Anglertyp. Habe aber keinen Angler. Ah, kein Angler. Super Angler. Ist auf jeden Fall ganz seltsam, ne? So. Ja, bla bla. Komm, jetzt erzählt. Kein Scheiß. Ich will nur die Angeln haben. So, Mr. Loot. Flap, 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 flap. Hier. Was macht er da? Achso, er ist ein Vogelferner. Ibitak. Tja, mein Freund. Ich glaube, da wirst du dir den Schnabel ausbatzen. Oder du machst Gewissheit. Das ist genauso wenig effektiv wie alles andere. aber Spiegelsalbe würde ihn eiskalt killen. War zu viel Energy vorhin. Was? Du bist nicht tot? Oh nein. Bitte, sei nicht so nervig. Bitte. Du, du kannst doch nicht jede Runde jetzt einfach den Scheiß einsetzen, oder? Jede Runde, komm, setz jede Runde Ruheort ein. Bis ich keine Attacken mehr habe. Das willst du doch, oder? Bestimmt. Habilität. Damit du, damit du noch schneller angreifen kannst. Ja, ja. Mach bitte nicht Ruheort. Oh, danke. Er ist top. Halleluja. Wir werden gleich das Pokémon wechseln. Definitiv. Das denn macht mir zu wenig Schaden an Vogelpokémon. So, Happy Tag. Ach so. So ist dein, dein, dein Plan also, immer schlechter werden. Das passt perfekt zu dir. Mit deinem Flapp, Flapp, Flapp. Komischer Flapper. Jo, Ladungsstoß. Eck, das Viech. 39. Das ergibt einfach alles keinen Sinn. Wir haben vorhin gegen 2,44 gekämpft und jetzt sind sie alle 39. Ich glaube, die haben sich einfach gedackt, gedackt, die haben sich gedacht, die Top 4 muss so schwer gewesen sein für den Typen. Wir machen es ihm jetzt leicht. Und dann kommt so ein Scheiß. Äh, was ist das hier? Ah, den Pokéball. Kalzium. Naja. Gehen wir hier weg. So, Route 12, nördlich nach Lavandia. Da wollen wir aber nicht hin. Ach, hi. Schaut ihr meine Pokémon an? Sieh nur diese Farben und dieses Gefieder. Ah, ein Vogelfänger. Bestimmt hat er so ein Habitax und Graus. Voll die geilen Farben. Ach, Schwalbini. Ja, der hat gute Farben. Wieso hast du ein Schwalbini? Wir sind hier in Kanto. Wir sind hier in Kanto, Bro. 41, ist klar. Wie? Ich bin ein Stahldyp, Mann. Doch, Wieso machst du das? Egal. Das geschieht dir recht. Aber Schwalbini ist kein Kanto-Pokémon. Wir haben bisher nur gegen Kanto-Pokémon gekämpft, oder? Ach, jetzt hast du ein Milibitack. Die bunten Farben, hab ich doch gesagt. Ist das vielleicht ein Zeichen? Komisch, komisch, komisch. Wir haben ja noch nichts anderes als Kanto-Pokémon gesehen und dann kommt plötzlich ein Schwalbini. Glückwunsch! Also verdient. Und wieder hat er zwei Pokémon. Und wieder sind sie nicht 44. Mann, die sollen 50 sein. Was soll denn das? Ich glaube, ich red mich da jede Folge nur auf, ne? Dass die einfach auf so einem scheiß Level sind. Du wirst erst mal in Sicherheit gewogen von den Trainern, die hier rumlaufen, weiß, und dann kommt da plötzlich so ein fetter Arena-Leiter mit 60er-Pokémon und du denkst dir einfach nur, yo, Glückwunsch. Hey, Duda, hast du Lust, mit deinem Pokémon-Team gegen Mainz anzutreten? Nö. Ich hab nö gesagt. Aber diese Frauen verstehen kein Nein. Nein heißt Nein, Madame. Boink. Okay. Jetzt wird es skurril. Das ist das zweite Pokémon, das nicht Kanto ist. Und ich bin schneller als Boink. Naja, was dann? Der ist dort. Eine Schande. 500 XP. Josephine. Bei dem Namen habe ich nichts anderes erwartet. Ja, ich komme wieder von hinten. Initiative ist das wichtigste, die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Tja, du warst doch richtig schnell genug und ich hab dich von hinten richtig hart drangenommen. Oder ich werde dich jetzt hart dran nehmen. Marco. mit deinem Po-Renta. Versteht ihr? Po-Renta. Bo-Ti-Psch. Sieht uns heute mal wieder richtig gut drauf. Er erzählt viele schlechte Witze. So. Ach komm, stirb doch einfach. Nachthieb. Mich hätte es jetzt aufgeregt, wenn du irgendwie Feuer würden oder so könntest. Wobei Feuer würden wäre auch nicht so schlimm. Aber das könnte mich schon töten. Oh, doch, doch. Zack. Vor allem sagt, Initiative ist verdammt wichtig und dann bin ich schneller als er. Mit Dustin. Mit Dustin bin ich schneller als er. Initiative ist voll wichtig. Ich hab ein langsames Po-Renta. Geil. Ein kleiner Tipp. Der stärkste Trainer an diesem Kampf ist höchstwahrscheinlich meine Freundin. Oh Gott, das ist... Das ist bitter. Verliebte Mädchen kennen kein Pardon. Unterschätze mich nicht, sonst würde es dir leid tun. Okay. Eine Herausforderung von ein junges Glück. Finn und Sora. Sora ist übrigens ein schöner Name. Gefällt mir. Enton. Gegen bis Enton. Erstmal gegen Kadabra den Scheiß und gegen Enton den Scheiß. Hoffentlich bringt er No Leaf äh, Dustin nicht um. No Leaf darf er umbringen, hoffentlich nicht Dustin. Oh. Sehr schön. Bin die richtigen eingesetzt, auch wenn ich jetzt fast tot bin. Okay. Ähm, nach der Attacke muss ich Dustin leider, ähm, auswechseln. Die Angst, dass Dustin stirbt, ist mir ein bisschen zu groß. Tschüss Kadabra. Aber das Kadabra war rechts, ne? Und das Mädchen war auch rechts. Haben die Bibi angelogen? Okay, wir sollten beide Pokémon austauschen. Definitiv. Wir setzen am besten mal Bibi ein und, äh, ja, die Regie möchte ich jetzt umgehen, eins zu kommen. Hoonissen. Hoonissen, du machst das schon. Wusch. So, das neue Dream Team. Hoonissen und Queen Bibi. Und er macht einfach Amnesie. Ich hätte ihn töten können. Naja, was soll's. So, dann machen wir am besten mal Psycho-Chinese. Der Psycho-Chinese. Das ist eine Attacke. Kein Rassismus. Und, Psycho- Was war das? Psycho-Band, ne? Oder nein? Konfusion, Konfusion. Stimmt. Sondersensor. Ich kenn nicht mal die Attacken mit meinem eigenen Pokémon. Jo. Das war's mit dir, Anton. Jetzt kriegt jeder erstmal ganz wenig Erfahrung. Das ist schön. Der stärkste Trainer warst du. Wah! Okay. Äh, das hier ist eine tolle Gelegenheit. Ich steh nicht auf drei. Ja, tut mir leid. Was? Schade. Ja, ja. Ja. War nie mein Ding. Tut mir leid. Es war einfach nie mein Ding. So, Zeit, Baby mal nach vorne zu setzen. Baby soll auch mal ihren Spaß haben. Und gucken wir nach anderen Trainern. Hallo! Hihihi. Wie wär's mit einem Kampf gegen mein Pikachu-Team? Da hab ich ja schon mal das richtige Pokémon draußen. What? Okay, das... Das dürfte die Bibi auch noch hinkriegen, ne? Ähm... Machen wir den Psycho-Chinese. Ne, Psycho-Chinese, äh... Wie heißt das nochmal? Äh... Keine Ahnung. Voll gerade so einen geilen Witz bringen, aber... Schneller! Nein, ich werde jetzt nicht dieses Spiel beschleunigen. Nein, wir werden das vernünftig durchziehen. Wir werden das vernünftig durchziehen wie Erwachsene. Man muss hier nichts beschleunigen. Man muss... Man muss es immer genießen. Ne? Ja, noch ein Pikachu. Kannst du wenigstens irgendwie... Weiß nicht. Ein bisschen Abwechslung haben. Immer diese Poké-Fans von Pikachu. Ich würde gerne nicht erklären. Mein Pikachu ist ein tolles Pokémon. Klar, aber... So, nach... Fünf Generationen... Sechs, sieben Generationen... Acht Generationen... Wie viele Generationen gibt es jetzt? Da muss doch langsam mal was Neues her, oder nicht? Oder zumindest... Eine vierte Entwicklung für Pikachu, weil Pikachu ist halt irgendwo so ein Spezial-Pokémon. Also das ist die Nummer eins von Nintendo. Da kann man sagen, okay, dieses Pokémon hat mal mehr als drei Entwicklungen. Es gibt ja kein einziges Pokémon, das mehr Entwicklungen hat. Ausgenommen natürlich. Äh, Evoli. Aber Evoli entwickelt sich ja nicht immer weiter. Sondern entwickelt sich zu verschiedenen Typen. Das wäre doch mal geil. Ein Pokémon, das vier Entwicklungen hat. Weiß ich. Pichu. Pikachu. Raichu. Raichuro. Keine Ahnung. Ra... 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 Schreibt mir in die Kommentare ein paar Namen hin. Was könnte die vierte Entwicklung von Pikachu sein? Schreibt es mir in die Kommentare. Die besten lose ich aus und dann designe ich ein Pokémon. Und das werdet ihr sein. Ich... Ich kann nicht designen. Aber vielleicht wollt ihr das Pokémon designen. Euer eigenes Pokémon. Gut, Freunde. Ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Wir sind weit gekommen. Wir sind kurz vor der Arena. Wir sind halbtot. Und wir sehen uns morgen wieder, wie das ausgeht. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.